Stofftiere hab ich sehr gern, weil Stofftiere sind eigentlich sehr leise, schau, ein Stofftier, das ist nie laut, das kann man nicht laut machen, das ist immer leise, schau, das wird nicht laut, pass auf, jetzt zeig euch, wie laute Hundsviecher werden, heute lernst du was, jetzt kannst du was anschauen, jetzt zeig euch, wie laute Viecher werden, pass auf einmal, wie ein anarchistischen Hund da, jetzt zeig euch was, diese Stofftiere haben unten so ein Markerl drauf, wo draufsteht, wie heiß man's waschen kann, da fahrst du mir den Staubsauger zu, pass auf, jetzt kannst du was nachhören, da schau her, so leute Stofftiere, so leute Stofftiere, so leute Stofftiere, so leute Stofftiere, Stofftiere, so leute 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 Stofftiere, so le Pass auf, mir ist Wurscht, ich lass einen Bären aufbinden. Das interessiert mich nicht, den binde ich mir auch auf den Bären. Für mich ist es super, mir taugt's voll, das find ich super. Schau, den kann man auch waschen, schau, den kann man waschen. Das ist ein Waschbär, mein Gottlieb, ein Waschbär. Ich brauch einen Fisch, wollen wir den Fisch? Mal schauen, jetzt schauen wir uns an, wie laut der wird, pass auf. Hast du keinen Mackerl unten oben, hast du keinen Fischl-Mackerl unten oben, oder was? Ich halt dich so lange, dass ich was hab, bis du saufst, mir ist Wurscht. Wie in der Neustadt kennst du, du weißt ja noch gar nicht, wie in der Neustadt. Du gehst ins Gymnasium, sicher, du gehst in die Schule, lernst du was, kannst du was, Schule? Jetzt kann ich mich nicht mehr aus, jetzt hab ich mir zu viel reingetaut. Jetzt fällt mir nix mehr ein, warte, fällt mir nix ein, ist eh Wurscht, ist eh Wurscht. Ich hab da eh so'n Einfallspinsel, mal schauen, ob der hilft auch nix, der Einfallspinsel, hilft nix. Wurscht. 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 Wurscht.